Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um eine Webcam, eine Konferenzcam von ConvTel, die Cam 20. Dies ist das Live-Bild damit. Die Cam 20 ist geeignet von kleinen über mittlere bis sogar große Räume und mit einer Auflösung von 4K schafft sie das auch wirklich ganz hervorragend. Mit Auto Framing kann die Kamera auch entsprechend immer die Teilnehmer in der Bildmitte halten. So muss man sich da keine Sorgen machen, wenn noch ein Teilnehmer hinzukommt. Das Bild wird automatisch von der Kamera angepasst. Dabei bietet sie einen enormen Blickwinkel von 123 Grad, wie man das hier bei mir im Büro sieht. Das kann ich übrigens auch manuell mit der Fernbedienung steuern und brauche so noch nicht mal eine Software dafür. Das finde ich sehr praktisch und das wird jeder Admin lieben. Darüber hinaus ist die Inbetriebnahme der Kamera denkbar einfach. Über das USB-Kabel einfach an den PC oder in meinem Fall an den iMac anschließen. Die Installation einer Software ist gar nicht nötig, aber möglich. Mit der Software kann man dann das Gleiche machen, was man auch mit der Fernbedienung könnte. Also entsprechend die Bildausschnitte verändern, das Bild heller oder dunkler machen, das Auto Framing ein- oder ausschalten. Ich muss sagen, die Nutzung und die Installation der Kamera hat echt Spaß gemacht. Und die Bildqualität finde ich außergewöhnlich gut, zumal bei mir hier im Büro mit der störenden Lichtquelle, das nicht so ganz einfach mit der Bildeinstellung ist. Das hat die Kamera aus meiner Sicht sehr gut gelöst.